setzen und äh kriegen wir hier irgendwo was besonderes Schwierigkeit Grad normal, ok Eric braucht Geld, gewinne das Rennen ja, zum Glück kein Checkpoint den Checkpoint mag ich nicht immer das ist irgendwie für mich langweilig also, wenn ihr das versteht langweilig genug so, ich finde das Spiel eigentlich von der Grafik von der Grafik hier geil ja, also ich muss das mal sagen vor allem, wenn du gerade mal so in dem Wald hier unterwegs bist richtig cool ähm, wäre es jetzt immer noch nicht verstanden